So, da sind wir wieder, dann begrüße ich euch zur Folge 28, ist das glaube ich, warte mal, nee, Quatsch, 29, ich habe auch keine Ahnung, ich glaube schon, wenn nicht, dann ist es 28, eins von meinen ist es auf jeden Fall, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, so. Wir gehen gleich mal rein, ich muss mal ganz kurz hier das Mikro umstellen, oh, scheiße, jetzt wackelt es hier total, sorry, aber das gefällt mir so eigentlich ein bisschen besser, wie es jetzt ist, so, ach, nee, eigentlich nicht, nicht wirklich, Moment, ich muss hier nochmal ein bisschen Kabel rum vorwerken, da, dahin, so, alles nochmal richtig positionieren, so, dann haben wir die ersten 10, 15 Sekunden erstmal was schwenden, so, aber ist nicht so schlimm, ich gehe hier mal runter und schaue mal, was hier los ist, hier ist der Kollege, so, rennen wir mal hier hoch und hier auch, da ist der, oh Gott, der kann hier springen, die kloppen sich da erstmal, okay, alles klar, hier sind genügend Viecher, die sich kaputt schlagen können, vielleicht sollten wir da erstmal dran arbeiten, dass wir die Teile hier gegeneinander kämpfen lassen, ach, die sehen sie ja schon selbst, also, alles klar, dann laufe ich hier mal hin, derzeit, das bringt noch nichts, das bringt jetzt wahrscheinlich noch jemanden weg, alles klar, hier hin, so, hier haben wir das, hier müssten wir eigentlich auch nochmal kurz ran, dann haben wir ja den Klingelton, so, und dann, komm her, sagdi zack, ich speichere mal eben ganz kurz, nicht, dass ich hier gleich erwischt werde von dem Teil, haha, ah, lol, jetzt war mir klar, mal schauen, was hier so los ist, was hier so los ist, Junge, das habe ich doch gerade auch geschafft, ja, vielleicht muss ich länger laufen, das ist das Geheimnis, genau, das ist das Geheimnis, ah, was ist denn hier jetzt noch los, ist hier noch irgendwas cooles, hallo, ah, ich will das Ding da irgendwie weg haben, ich will wissen, ob da noch irgendwas ist, aber hier sieht es eigentlich so aus, als wäre hier nichts, ne, aber wo ist denn dieses eine andere Teil, hier ist nix, guck mal, das will ja nicht mitkommen, warte, ich muss das vielleicht einfach so locken, ne, so, nein, hm, hm, ich hab bis jetzt nur diese Klingeltöne da, hallo, komm doch mal her, du kleines Kackteil, hier sollte ich gegenseitig Kiffe einschlagen, oder geht das nicht, hm, der ist jetzt da, der wird wahrscheinlich dort sein, ha, siehste, hier ist nämlich noch etwas, aber jetzt folgt jetzt, ja, gut, das geht jetzt in diese, in die Rapture Farm, aber wo ist denn diese Klingelscheiße, habe ich die verpasst, ist die irgendwo am Anfang, okay, jetzt sind wir hier, aber das ist, das, ah ja, ich verstehe, nein, 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 da ist so ein Rohr, wo wir runtergehen können, retten können wir die nicht, lol, wie soll das denn klappen hier, hier müssen wir, wir müssen dann runter können, ah, ja, okay, verstehe, äh, ach so, oh lolololololol, und jetzt, was geht hier jetzt, ach so, das war ja easy, äh, habe ich gespeichert, ja, das muss, das muss eigentlich für mich, äh, oh my god, äh, so ein, ähm, automatisiertes Dingens werden, kann ich hier irgendwas machen, Junge, dreh dich doch nicht, was soll sowas, ne, 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 Quatsch, ich, äh, lade nieder, ja, aber warte, ich warte auch einfach, bis er da hinten in die Ecke, äh, gegangen ist, vielleicht ist das ja auch dann viel, viel, viel einfacher, ich mach nochmal den, so, soll ich mich nochmal ganz kurz, so, Ohhhh, reinspringen, dudledidum, so, jetzt sind wir wieder hier, etwas einfacher ist es schon, ja, ja, oh, ich hätte fast geladen, lol, ach, hier ist das Klingelspiel, oh my god, das hätte ich ja auch wohl sehen können, Ja, ich war so abgelenkt von diesen Scraps, ne, also, ich denke da immer so, oh my god, ich muss da schnell weg, dann ist das so easy, so, wo ist die Tür, wo ist die Tür, da ist die Tür, alles klar, ja, gut, ist jetzt nicht so schlimm, da haben wir wenigstens diesen einen Raum gefunden, oh god, ey, das war ja auch nur mehr Glück als Verstand, ne, man hätte da noch, Ah, rein mit dir, hätte man auch locker verpassen können, aber eigentlich auch wieder recht einfach, aber vielleicht ist es, äh, kommt mir jetzt auch einfach deutlich einfacher vor, weil ich jetzt hier ja mit dem Schnellspeichern arbeite, das kann natürlich da auch dran liegen, weil ich dann einfach, äh, viel weniger irgendwie die Checkpoints brauche, Okay, was ist denn hier los, ich lauf einfach mal rum, hier ist schon mal das, oh geil, die können sich kloppen, na, dann nutze ich mal die Zeit und, gehen wir hier so lange hoch, schauen wir mal, was hier abgeht, ja, ist klar, warte mal, du gehst nach unten, das ist ja weggelaufen, ne, ja, wunderbar, jetzt können die sich da unten ja so lange noch den Kopf einschlagen und ich schau mal hier, was hier abgeht, hier ist es mal dort, oh, das sind auch kleine Tauben, die müsste ich mir gleich mal eben kurz, kurz nochmal schnappen, kann nämlich gut gebrauchen, Speicherpunkt, so, sitzt da noch eine Taube, ne, also anscheinend hat es gereicht, das ist hier, hier gar nicht runter, ne, okay, das war jetzt, das Ding war jetzt nicht großartig versteckt, muss ich sagen, boah, fuck, ey, ich hoffe, ich hab alle geholt hier, ne, okay, hier geht's schon mal raus, das ist schon mal safe, lol, ja, ähm, nee, ich wollte gar nicht so weit springen, aber, äh, die Idee ist ja schon nicht falsch, aber ich hätte jetzt gerne gesehen, wo es da hinten noch hingeht, das ist das Ding, ne, hallo, lol, ich glaub, ich aktivier das gleich nicht, dann springe ich da nicht aus den Reihen, verstehen Sie? Vielleicht mal aktivieren, mein Junge, bitte, danke, so, jetzt doch mal erneut, ah, mal gucken, ob es noch reicht für die, äh, Folge, ich bin mir nicht sicher, so, eigentlich, alles tut euch da schon ganz gut, Hä, wo war der andere Typ denn gerade? Der war doch gerade nicht hier. So, jetzt renne ich hier mal schnell. Äh, lol, dann muss ich hier wahrscheinlich durchhüpfen, so, 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 okay, das heißt, speichern, springen, springen, hoch, laufen, und folgen die mir alle, und das heißt, dann wieder hier springen, laufen, springen, hoch, rein, und, alle rein. So, dann heißt es nochmal speichern, das Ding am besten gleich hier weg. Ah, oh, ich hätte es fast nicht geschafft, aber ich glaube, ich habe alle gerettet. Naja, klar, ich habe gesagt, follow me everyone, oder hello everyone, und dann sind alle da gewesen. Gut, das war ja auch recht easy, meine Güte, entweder sind die Rätsel jetzt hier etwas einfacher geworden, oder ich bin einfach jetzt irgendwie mittlerweile in der, Logik des Spiels angekommen, und habe es dann mittlerweile so halbwegs raus. Keine Ahnung, was von den beiden jetzt stimmt, oder nicht. Ey, könnt ihr euch mal gegenseitig die Köpfe einschlagen? Ja, jetzt macht es, halt's Maul. Finde ich etwas spät, wenn ich ehrlich bin. Ah, ah, wo ist der andere Kollege denn gewesen? Jetzt habt ihr euch schon, ne? Hier waren doch gerade zwei, oder nicht? Oder habe ich das geträumt? Lol, ich habe doch, ich habe doch, sprühen gedrückt, oder nicht? Anscheinend nicht. Ja gut, was soll's. Dann, äh, komm mal her. Dann hüpfe ich jetzt hier mal rüber. Und hier. Das habe ich alles schon getan. Ach, hier sind die Klingeln. Reicht das jetzt nicht mehr aus? Habe ich denn schon alles geholt? Ja, okay. Ich habe alles geholt. Ja, wunderbar. Yeah, dann habe ich dieses Rätsel auch gelöst. Ja, also ich fand jetzt, dem Nest von den Scraps war jetzt nicht so krass mit Rätseln. Ich fand auch, ich glaube, bei den anderen waren die Rapture Farm Dinger auch deutlich schwerer. Die waren ja jetzt recht easy. Also easy to understand. Einfach schnell durch und dann läuft das. Ah, jetzt kommt diese Geschichte hier wieder. Oh mein Gott. Suche aus der Ferne. Ah ja, okay, das ist wieder das gleiche wie die letzte Mal. Es ist nur mit diesen Teilen. Jetzt ist die Frage natürlich, was richtig ist, ne? Lol. Ja, wette, jetzt ist der hinten richtig? Aber nee, nee, diesmal laufe ich trotzdem hier durch. Ich habe ehrlich gesagt, null Bock da wieder durch zu, äh, äh, rasen und dann wieder hier falsch dazustehen. Hei, 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 hei. Ähm, achso, hier kann ich auch noch weiter hin. Ah! Ja, läuft, easy. Da geht nix. Da hinten scheint auch nix zu sein. Ich bin ja immer, denke ich ja immer, hier könnte was sein, ne? Ich mache mal kurz nen Speicherstand auf, ne? Nein! Siehste? Deshalb mache ich da nen Speicherstand auf. Ähm, rennen schadet nicht. Alter, 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 hier geht's, geht's glaube ich weiter, oder? Nee. Ich bin jetzt erstmal hier. Das ist auch schon wieder nen Speicherstand wert. Komm, hallo, kommst du? Ich würde gerne nämlich losrennen und... Oh mein Gott. Ach, du kannst gar nicht runterspringen? Okay. LOL. Ähm, okay, Moment. 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 Weil da kann ich auch nicht, ne? Vielleicht kann ich hoffen, dass der jetzt hier gleich runterspringt und dann gehe ich hier wieder direkt hoch. Ähm. Oder auch nicht. Ja, ist klar. Ah. Hey, keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat, ne? Hier. Ähm, wo bin ich zuletzt? Ich war zuletzt hier. Alles klar. Ich spring lieber hier hin. Das ist mir ein bisschen... Scheint mir ein bisschen sicherer zu sein. Ne, da hinten ist... Boah, da steht gerade eine Dose vor. Ich kann nicht genau sehen, was das ist. Ach so, da fährt man runter. Okay. Ah, warte mal. Wahrscheinlich ist der Schalter der hier... Ah! Der Schalter wäre dafür gewesen, diese Falte zuzumachen. Gehe ich jetzt einfach nochmal von aus. Oh fuck! Ich sehe schon, die Zeit läuft wieder ab. Dann bleibe ich genau hier mal stehen und sage dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Part sehen wir uns dann wieder hier an dieser Stelle und dann, äh, bis dann. Tschüss! 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 Perfect! Sch Turut. Vielen Dank.